Nein, egal. Schau mal nach. Das ist mir klar, jetzt ist vorne zufällig der Tempo. Nein. Das ist ein Traumwerk hier. Ja, alle, alle, komm mal kurz! Urlaub! Wo dann hin? Wohin? Hey, Strummer! Warte dran, wenn die nichts machen, nur ein Buch geben wir es an! Der dreht sich doch jetzt ums Ratsch! Ja, Reis schon, komm in! Da, Toni! Guter Appi! Guter Appi! Also, Freunde des Balles, ne? Ulm gegen Offerbach. Offerbach gegen Ulm. Ist jetzt egal, wie rum die Partie ist. Also, wie fanunfreundlich ist und das Spiel, bitteschön. Ja, wie gesagt, dafür, dass es am Wochenende ganz gut ran war. Freitag spielt, Samstag Teambuilding. Gestern im Europa-Park. Gut, ja, Italiener da, und ich guck. Das kann ich guck. Ich spiele immer noch gut. Ja, bescheuerte. Ach! Weg durch! Wo die Zeit wechselt! Ja, ruhig! Rauf, rauf, rauf! Komm, lauf durch! Jetzt aber noch! Ja! 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 Ja, haben sie sich endlich schon mal gearbeitet! Ja! Ja! So, Leute. 90 Minuten, bis man kotzt! Alter! Ja! 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 Ja, ja! Ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Vielen Dank. Vielen Dank.